Hi und willkommen zu den weiteren Videos auf dem Kanal. Ihr spielt wieder ein bisschen Lego Incredibles. Ja, ich will gucken, wieviel Cent hab ich gerade? Naja, ist jetzt nicht so ein Fehler. Finde ich lustig, aber die waren nicht mehr befreit. Hilfe! So was hat mir gerade noch gefehlt, einen Tag vor meinem Geschäftstermin. Wohlbleiben, Sir. Ich bin schon unterwegs. Och, ey, du soll ich verpissen. Dankeschön. Perfekt, ist hier noch irgendwo was? Wir sollen nur einen Stein halten. Was bist du für ein random? Wirklich, was ist ein R für einer? Ach so, er ist ein Feind. Gut. Okay, hab ich vermutlich nicht. Ja, okay, hab ich nicht. Kommen Sie mit. Wir müssen noch mehr Leute retten, aber bei uns sind Sie sicher. Oh, vielen Dank. Nachdem Feuer heute... ...hat kein Wasser mehr betrug. ...will ich auch noch gefeuert werden. Oh mein Gott. Warte, oh mein Gott. Vorsicht! Allemann zurücktreten! Das ist ein großes Hotel. Keine Sorge, Ma'am. Wir sind hier, um Sie zu retten. Bei dir kommt richtig Spaß auf, was? Vielleicht. Ein bisschen. Ja. Ich denke, wer in der Hand? Lol. Ah, das ist doch dein Albtraum, oder? Nicht bewegen, Sir. Wir arbeiten dran, sie hier rauszuholen. Ah, da ist das zugetreten, und darum könnte man sich auch anders wandern kümmern können. Als ich vorhin zum Beispiel angefangen hat. Gut. Ach so, verstehe, verstehe. Kommt's mir nur so vor, oder ist es heiß hier dringend? Der war sehr unlustig. Nein. Es ist, es ist einfach unlustig. Naja. Ich sagte na gar nichts. So, jetzt dreh. Du Incredible Boy. Ich hab grad Topfreiter angefangen, das wäre irgendwie viel besser als Lego Incredibles. Komm schon, Worf. Ich möchte lieber nicht hier drin eingesperrt sein. Honey würde mir das nie verzeihen. So. Hier ist Vorsicht geboten. Das Gebäude steht in Flammen. Es ist sehr gefährlich hier drin. Da haben Sie recht, Ma'am. Ich hol mir nur schnell was zu trinken, und dann verschwinden wir. Feuer kann sehr heiß werden, wissen Sie. Ey, soll ich... Kann ich's mal am Maul halten? Nein. Du ein Incredible Dude, was machst du denn? Achso, ich muss hier was tun. Okay, verstehe. Nee. Also, ich kann das einfach so machen. Es wird ein bisschen warm hier drin, Lucius. Könntest du dich vielleicht etwas beeilen? Ähm. Ich weiß nicht, wie ich jetzt... Achso. Wichtig, ne? Miau... So. Okay, Bob, bringen wir diese Leute in Sicherheit. Passt auf, wo ihr hintretet. Okay, da bringen wir nichts. Das bleiben wir nicht. Bleib hinter mir! Es wird heiß! Alles gut! Das wird eine sanfte Landung! Los, los, los! Ich bin froh, dass wir die Leute in Sicherheit gebracht haben, aber das waren vielleicht nicht alle. Du hast recht, wir sollten uns beeilen. Es wird langsam gefährlich hier drin. Ach so, jetzt wird es also gefährlich. Die einstürzenden Böden und die kampfwütigen Diebe von vorhin waren also absolut sicher? Ja. Wir müssen dem Feuer seinen Kraftstoff entziehen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Das hat nicht so toll geklappt. Das ist eigentlich ein unsicheres Hotel. Oh, hallo! Ich wollte zwar eigentlich meine Geschichten nicht unterbrechen, aber ich sollte ihnen wohl lieber folgen. Ja, man. Es war Zeit, auszuchecken. Ich muss mir mal ihren Boden ausleihen, wenn das okay ist. Aber na klar doch! Was zur Hölle. So. Schön zusammenbleiben, Leute! Oh, das sieht schwer aus. Sie sind ein starker Kerl. Ich versuche, in Form zu bleiben, Mann. Ich trainiere. Esse Gemüse. Ja, sicher! Mein Problem ist, ich guck zu viel fern. Ich fand's unlustig. Fand ich aber... Jetzt fand ich wieder lustig. So, was wird jetzt Spannendes passieren? Weißt du, was ist jetzt passiert? Hey, kommen wir hier raus? Keine Sorge, ich hab die Sache in der Hand. Mies und lustig, der Witz. So. Puh, das hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht. Sei vorsichtig, Lucius. Hanni will dich heil zu Hause haben. Tatsache ist, ich hatte einen ganzen Eimer Eis und jetzt ist er weg. Ich hab dein blödes Eis nicht gestohlen. Es ist geschmolzen. Hier drin sind dann die 65 Grad. Wechsel nicht das Thema. Ich will meinen Milchshake. Ja, das ist so unlustig, ne? Das ist vermutlich eine schlechte Idee, aber Augen zu und durch. Ja, es war eine schlechte Idee, den man mit dem Gesicht. Da stand, dass er 500 Kilo Gewicht halten kann. 500 Kilo! Und genau deshalb benutzt man im Notfall keinen Lift. Na los, holen wir dich hier raus. Oh, hä? Ich vergesse nicht. Also, ich hab kein Wasser. Aber wo krieg ich das Wasser her? Hallo, H2O! Hä? Oh, was? Ach soo! In denen ist Wasser drinne. Ich stehe. Das gibt halt mies keinen Sinn, aber egal. Okay, ich hab noch nicht genug Wasser. Wo krieg ich das denn jetzt her? Ach soo, hier. Oh, ich stehe. Immer noch nicht genug, Alter. Nervst du? Wo krieg ich denn noch Wasser her, bitte? Und hier? Ja, nicht genug. Ach so, ich bin der Blöde. Schäme ich jetzt schon ein bisschen für. Schade. Ich glaub, die ist komplett high an. Die ist komplett doof, die. Du alter Angeber. Sagen Sie mal, erinnern Sie sich an den Superhelden von vor ein paar Jahren? Äh, Co-Town. Frostzone. Kloeschranktyp? Sie meinen Frozone? Frozone, genau den. Ich hab mal ne Sendung über seine Eiskräfte gesehen. Sie erinnern mich irgendwie an ihn. Vielleicht bin ich auch so attraktiv wie er. Nein, Sie sehen ihm gar nicht ähnlich. Aber die Eisschüsse aus ihren Händen schon. Der konnte das auch. Ich fahr euch nach, das war eine Folge. Tschüss.